Die Hoffenheimer Frauen sind vor dem Spitzenspiel gegen VfL Wolfsburg. Franziska Haasch ist bei mir. Franziska, wie sehr kribbelt es denn schon vor so einem Spitzenspiel? Ist da überhaupt eine Anspannung schon spürbar heute bei euch? Doch, auf jeden Fall. Also wir freuen uns, wir bereiten uns die Woche gut drauf vor und da ist wirklich jedes Training ist noch mal volle Konzentration und dann sind wir gespannt auf Freitag. Wie ist das denn so allgemein? Die Nationalmannschaft hat sehr viel Erfolg auf internationaler Ebene. Wie wird denn aber die Frauen Bundesliga wahrgenommen? Auch von den Medien, von den Zuschauern, von der Öffentlichkeit allgemein? Also ich würde schon sagen, dass da noch mehr drin ist. Also dass gerade auch die Gesellschaft in Deutschland da schon auch gucken kann, dass vielleicht irgendwie mehr Leute ins Stadion kommen oder klar wir haben jetzt zum Beispiel das Spiel wird bei Eurosport übertragen, was schon ein super Erfolg ist für uns Frauen. Aber ich denke, da ist noch viel, viel mehr drin. Auch wenn ich jetzt an andere Ligen schaue, England und so, die sind alle im Kommen. Deshalb müssen wir glaube ich in Deutschland schon schauen, dass der Frauenfußball weiter wächst. Sie haben es angesprochen, Eurosport überträgt die Partie. Ist das so ein Schritt, vielleicht ins Fernsehen dauerhaft zu kommen, um mehr Öffentlichkeit einfach zu generieren? Klar, also ich denke, Fernsehen ist immer eine gute Plattform, wo man sich zeigen kann und gerade mit zu spielen, wie Spitzenspiele zwischen jetzt Wolfsburg und uns. Erster gegen Zweiter. Ich denke, da die Aufmerksamkeit zu bekommen, ist glaube ich sehr wichtig. Und ich denke, der Fernseher ist da eine große Plattform und sollte weiter unterstützt werden. Wie sieht es denn bei der Förderung aus hier im Frauenfußball? Klar, wenn man sich umschaut, großes Trainingsgelände. In Hoffenheim wird viel gemacht, in Wolfsburg auch. Aber wie sieht es allgemein aus? Mal zwölf Mannschaften in der Liga. Was kann man da vielleicht noch besser machen? Ja, ich glaube, gerade Hoffenheim ist da ein großes Beispiel. Es geht nicht ohne Unterstützung auch von außen oder von den Vereinen, vielleicht auch von den Männervereinen. Und ich denke, dass da, ja, dass man da irgendwie noch viel machen kann. Also es gibt Vereine, die nur von den Frauen leben, die haben es besonders schwer. Und dass es da einfach mehr Sponsoren gibt, die da noch die Vereine lokal auch unterstützen und vielleicht sogar für sich noch einen Profit von schlagen. Wenn Sie sich was wünschen könnten für einen Frauenfußball, was wäre es denn hier in Deutschland? Ja, einfach, dass die Leute ins Stadion kommen, dass die Begeisterung wächst, dass wir als Frauen anerkannt werden oder dass das auch ein bisschen unterstützt wird, dass wir genauso viel Gas geben und genauso viel Spaß haben wie alle anderen bei anderen Sportarten. Ja, da drücken wir die Daumen und wünschen viel Erfolg. Dankeschön. 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 Dankeschön.